Plätzchen! Also, auf die Plätzchen, fertig, los! Los! Hallo und herzlich willkommen bei TipTapTube zu diesem neuen Video. Was geht? Heute gibt es hier Lecken, Beißen oder nichts in extrem scharfe Sachen. Also so richtig scharfe, schärfste, scharfe Sachen. Also Lecken, Beißen oder nichts. So scharf wie dieses stumpfe... Ist vielleicht gar kein Zucker dabei? Nein. Kein Zucker, wieso gibt es keine scharfe Süßigkeit hier? Wie ist denn das für eine Frechheit? Nichts süßes mit dem Video. Lasst einen Daumen abo, abonniert jetzt den Kanal, los geht's! So, wir haben aber keine Zeit vergehen lassen. Achso, wir müssen hier noch losen, hallo? Wartet. Und es fängt direkt ran. Wartet schon, wie noch nicht? Also Leute, wir müssen da mal gleich ziehen. Die Lose ziehen. Also mach mal so, so kleines geht. Was hat er gesagt? Du könntest auch gleich hinsteigen Lutschen. Das verstehe ich nicht. Verstehst du nicht? Nee. So groß oder noch kleiner? Noch kleiner. Warum denn noch kleiner? Wie sieht denn das aus? Mit einem Lolli lutschen oder wie? Ja. Scharfen Lolli haben wir gerade nicht. Mit einem richtigen Lolli lutschen. Verstehe ich nicht. So, kannst du mal ein bisschen zusehen? Sonst wird das nachher wieder drei, vier Stunden lang das Ding. So gut, wie ich viel ankomme. Ich muss mal sagen, du musst mal ein bisschen mehr schneiden in den Videos. Nee, nee, nee. Nee, lass mal. So, okay, dann gibst du uns die Lose jetzt? Nein, das ist ja besser. Nein, nicht gucken! Ihr müsst danach greifen. Los geht's. Nummer eins. Meiner. Zwei. Meiner. Ich hoffe, ich habe nichts, weil Scharf ist glaube ich nie. Nein, ich glaube, ich habe Beißen. Ich muss ablecken. Du musst dran lecken. Nein! Ich habe Beißen. Ash hat nichts. Ich glaube, Ash ist ein Glückspilz. Ich glaube nämlich, es gibt nichts Gutes heute in dem Video. Alles ist schlecht bestimmt. Nein, so schlecht ist es auch wirklich. Aber Scharf ist blöd. Du hast was? Ich habe Beißen. Ich habe Ablecken. Mach auf. Eins. Zwei. Drei. Das beiß ich auch gerne ab. Nein, das ist Ingwer. Das kennst du. Das ganze ganze Stück im Hut. Ich muss ja beißen. Oh Leute, das ist so scharf. Hast du richtig dran geleckt? Scheiße. Guck mal her. Ja, also esse ich nachher vielleicht irgendwo. Ableck geht fit. Ingwer-Schrotz sind lecker. Ingwer-Schrotz sind gesund. Oh mein Gott. Iss das auf. Du musst gesund sein. Ich habe abgebissen. Du musst groß und stark werden. Das reift die nächste ganze Woche an Ingwer. Gibt es auch noch Runterschlucken? Also lecken, abbeißen, nichts und runterschlucken? Ich kenn mich damit nicht aus. Wollt ihr gerne? Mach doch mal. Alles gut, mach ruhig weiter. Wir wollen in die nächste Runde. Erste Runde. 2. Runde bin ich gespannt. Guck mal jetzt. Wenn man hier so ein Vorherzug halten würde jetzt gerade, dann wäre ich hier eine Klamme. Ich bin richtig scharf. Aber dann kannst du gar spucken. Ja, ich kann gar spucken. Seid du mal leise. Okay ihr Leutchen. Wo sind die Lose? Ich habe euch etwas mitgebracht. Noch nicht aufmachen. Lose. Lose. Wer ist der schönste? Ich. Ich. Wir wollen hier für Esch. Und jetzt... Er kann es überhaupt... Esch kann nicht fangen. Ich auch nicht. Nein, ich habe schon wieder das gleiche. Wer hat das gemischt? Das ist überhaupt nicht gemischt. Ich möchte nicht schon wieder beißen haben. Machen wir beißen? Mach doch nichts. Das ist die Frage. Haben wir Esch nicht das gleiche? Ich muss lecken. Ich habe gar nichts. Hab ich gut gemischt. Los geht's. Drei. Zwei. Eins. Ja, dran lecke ich gerne. Ist ja okay. Weiß nicht. Können wir auch mit die Betonung sein lassen? Ich will ja dran lecken. Kannst du mal bitte jetzt mal seriös wirken hier? Er ist ein Kind. Warte. Er ist ein Teenager. Nee, bist du nicht. Bist doch kein Teenager. Oh, das ist doch beim Lecken scharf. Das weiße. Er beiß ab. Ja, aber bitte auch mitessen. Also richtig. Oh, das ist beim Lecken. Ich weiß nicht. Andererseits. Da wo du gerade abbeißt, ist nicht scharf. Warum nicht? Das ist nur Chee. Ja, beiß da rein. Zettel. Ist doch lecker oder nicht? Also ich muss sagen, bisher habe ich ganz Glück hier. Ähm. Ich bin mit Asch nicht am Ball dabei relativ Glück, glaube ich. Nächste Runde. Wann ich will Zeba haben? 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 Schärfe, belebt den Magen. Oder so. Keine Ahnung. Schmucki. Ich hatte die ganze Zeit nur... Schmucki. Wo ist denn schon mein Schmucki hin? Er hat schon da. Er hat schon den Weg zu irgendeinem Magen. Ich habe mal gelesen. Ich bin Schmucki. Ich habe ein paar Milch, ne? Warte. Warte. Ich muss mal ganz zusammenknüllen damit. Dann nochmal ablafen damit. Ja. Kann ich bitte gleich mal was anderes haben. Ich will nicht schön beißen. Du musst was anderes schnappen. Warte. 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 Seid ihr bereit? Ja. Was ist denn damit? Er sammert sein Taschentuch an und schnaß sie hier. Kennst du noch mal Nettli? Was an dem? Er hat diese Papierkühlchen noch mal angesauert und dann so... Schmucki. Du bist halt schon alt. Ne? Du gehst jetzt weg. Das ist alles so scharf. Auf die Plätze. Mein ganzer Mund brennt. Haltet eure Hände bereit. Ja. Ready. Schmucki, du musst auch mit dabei sein. Ich scherze jetzt. Damit brennt alles. Auf die Plätze. Ich wohne nicht. Fertig, los. Ich will die Bombe ein bisschen ab. Das war nicht mit Absicht. Nase gebrochen. Mach zwar nicht mit Absicht. Ich hab Lecken. Ich hoffe so, dass du beißen darfst. Nichts. Was hast du? Es muss abbeißen. Es passt sogar ganz gut, dass ich nichts in dieser Runde habe. Das ist richtig haram. Es ist kurze. Also diese Cabanas sind meistens geil so scharf. Ich muss nur ablecken. Die sind meistens geil so extrem scharf. Ja, wieso? Ich hab ja echt keine Lücke gehabt, oder? Ja, jetzt. Ja, jetzt. Habt ihr jetzt so Scheiben geschnitten oder sind die so halbiert? Scharf. Echt? Scharf? Ja. Bei mir brennt sie wieder ganz der Mund. Guck mal, die sind voll süß. Das sind so kleine Cabanasis. Ja, Mann. Die sind richtig süß scharf. Extra long. Extra long. Hab ich es falsch ausgesprochen? Nein. Ein bisschen. Schucki, ich brauche meine Milch wieder. Nee, du musst sie nicht so anstellen. Warum sagst du, die sind scharf und es ist die ein nach dem anderen? Bei mir brennt der Mund von den Vorgängern, von zwei. So, es sind die scharf. Isst du die auch? Es ist gerade eins bis zehn. Wie scharf sind die? Sag mal. Sag mal, ich rutsche die. Es ist meiner. Ah! Warte, ich guck jetzt was drauf. Ist okay, dann kannst du den haben. Ich will, egal was was ist. Ablecken. Hab ich endlich mal nichts. Ich hab nichts. Wir hatten nie mehr, Mann. Was hat der? Ich hab Ablecken. Ja, ich lass das. Ich hab schon vorher gesagt, ich will das. Ja, ich hab noch mal gehabt. Dann will ich noch mal weißen. Weißt du, was ich so gerne hätte? Nee, ich muss gar nicht. Also, ich will ein iMac. Gibst du mir jetzt ein iMac? Nein. So, okay. Drei. Wer hat jetzt was von euch? Ich hab nichts. Ich hab Ablecken. Drei, zwei, eins. Oh, geil. Oh, die sind lecker. Schön. Oh, ja. Ja, gib her, komm. Ach, die sind sogar schon fertig. Die sind fertig. Die sind halt echt ehrlich lecker, glaube ich. Also, das sind ganz, ganz scharfe Nudeln von Magi. Schaut mal. So sehen wir aus. Ich nehm die einen hier, der runtergefallen ist. Wieso? Du hast jetzt was. Beißen und du hast Ablecken. Aber die kann man direkt essen. Beißen ist gleich wie Essen? Warum sind die zwei in die Augen? Beißen eigentlich Beißen. Du musst ja auch nur drin lecken, ne? Und die da ausspucken. Und die da ausspucken. Aber die sind lecker. Also, die bleibt schon weißen theoretisch, oder? Okay. Ess auf. Also, Leute. Die sind zwar scharf, ja, aber ganz ehrlich, die sind trotzdem lecker. Die musst du durchrühren, vielleicht. Ja? Scharf. Durchrühren. Ja, ja, die sind scharf. Wieso soll ich die durchrühren? Weil ich nur Wasser reingekippt hab. Mit... Was war das? Hast du extra noch was reingekippt? Ja, extra schärfe auch. Da steht schon drauf mit Jalapeño-Schippen, ne? Scharf. Scharf? Ich? Ich muss schärfe auch können. Scharf ist eigentlich lecker. Scharf aber auch lecker. Okay. Lose? Ja, natürlich. Ich will nicht. Bist du bereit? Ja. Ich will wieder nichts. Ich mach das wie einzeln, okay? Ich will wieder nichts. Ich will wieder nichts. So aus versehen... Oh nein. Nein. Ich hab Lecken. Koffi? Oh, nee, lecker. Du hast nichts. Ich muss abweißen. Ich hab ablecken. Drei, zwei, eins und... Vergiss es, ich hab Abreißen. Was ist das? Ah, got it! Was ist das? Also... Das ist scheinbar irgend so ein Bohn-Dipp oder so mit Chili. Aha. Aber dafür musst du noch Nachos, ne? Exaktivigitalisch. Stimmt, haben wir noch Nachos dazu? Hast du denn bitte Schiebkühle dazu? Haben wir Nachos dazu? Nein, wir haben keinen Nachos dazu. Du kannst immer kaltes Trinken gehen. Ist egal, wir nehmen hier einen Löffel. Wir wollen eine Flasche trinken. Also ich hab Ablecken. Max, magst du mir was geben? Ja. Papa. Das heißt doch nicht Trinken. Das heißt Lecken, Beißen oder nichts. Filze, gib mir was zu trinken. Ich sterbe gerade. Oh, was? Hundefutter. Guck mal, ich glaub da ist... Ich möchte was zu trinken. Oh nein. Es riecht widerlich. Es riecht richtig eklig. Aber nimm dir jetzt eine. Erstmal mal tauschen. Hundefutter. Was hat ihr... Hundefutter? Was soll ich da abbeißen bitte? Aber ich darf nur Ablecken. Schluck, ich brauch's hier. Oder da, eine Serviette. Boah, ist das kalt. Das riecht ja auch noch für eine Futter, oder? Oh, das ist salzig. Aber ich find das nicht so scharf. Weil bei mir sowieso alles scharf ist. Was ist das für ein Zeug? Ja, keine Ahnung. Es sieht aus wie Hundefutter, stimmt wie Hundefutter. Es ist aber nicht. Das ist so ein Bohnen-Dip. Also das sind Pinto-Bohnen, Wasser, Tomatenmark, Chipotle-Chili, Speisesalz. Okay, und auch in die nächste Runde. Genau. Also es schmeckt ganz okay. Es riecht eklig. Ich hab drauf geleckt. Hast du das schon gegessen? Ja, es geht so gar nicht für das. Es ist ein bisschen scharf. Ich hab was vergessen. So. Lose. Darf ich kurz mal gucken, was ich hier mache? Ja, guck mal. Marie schummelt. Wie du schummelst. Oh, desqualifiziert. Marie schummelt. Nein, ich hab Weißen. Desqualifiziert. Hier ist okay. Ich hab Weißen, wieder mal. Ich hab so auch Weißen in diesem Spiel hier. Meinst du immer für Desinfektionsmittel? Ja. Heißt du so, Desinfektionsmittel? Nein, Desinfektionsmittel. Ich kann noch immer. Ich vergleiche das davon immer noch manchmal. Was ist denn das? Ja, das haben wir jetzt in 3, 2, 1, go! Nein, 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 nein. Wie willst du da reinbeißen? Wie willst du da reinbeißen? Wir brauchen dann Löffel. Teelöffel und dann muss ich meine Zunge da reinbeißen. Ja, ich soll Heißen ablecken. Aber ich muss es dann erst mal sehen. Ey, wahrscheinlich soll ich es wieder abmachen, oder? Ich bin mal was auf Zeigefinger. Nein, 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 nein. Das ist Pfeffer schwarz. Ich bin mega scharf. Warte. Nein, gib mir mal mein Pfeffer an meine Hand. Nein. Finger her. Nein. Auf den Löffel. Nein. Auf den Löffel ist besser, weil... Ich sag, stopp. Ich muss den Dreck ablecken. Weil... Vergiss, es gibt mir den Löffel einfach mehr. Oh. Ganz miese. Oh, Leute. Nein, nein, nein. Spül mal auf jetzt. Wie ist das? Okay, sag mal bitte. Dann fängst du mal was. Wenn du dein Ars auch sammelst. Wenn du dein Ars auch ziehst. Oh, so. Wo sind wir hier gelandet? Ich glaube, die wird größer, älter. Ich hab's auch schon mal gemacht. Das ist mir so schlimm. Wollt ihr eine Line sehen? Ja. Ist das nicht mehr scharf oder so? Ist das einfach eklig? Es ist einfach eine Eklappe. Ach so, ihr wählt eure... Pfahl. Scheiße. Ist doch scharf. Ich hab das gezogen. Das war nicht gut. Ich hab schon wieder lecken. Oh. Kann ich bitte mal nichts haben. Beißen. Jawoll. Das ist deine. Oh, das Chili... Äh... Oh, Pfeffer ist im Nacken dann scharf. Oh, meine Nase. Ich wüsste gleich nie. Ich hab mal einfach mal aufs Versehen ganz viel Pfeffer in der Nase gehabt. Aus Versehen, irgendwie ganz viel Pfeffer war in der Nase. So, wir gucken, was hier nächstes drin ist. 3, 2, 1, go. Ja, perfekt. Wollte ich ihn doch jetzt beißen? Ja, ich hab beißen. Du darfst gar nicht. Ich hab beißen. Ich hab lecken, ne? Das ist halb so schlimm. Pfeffer ist echt eklig nach der Zeit. Das ist ja voll... Das ist ja wirklich scharf. Lecker. Ich hab Pfeffer vorher im Mund gehabt. Es ist gar nicht so schlimm. Max, gut, dass du nichts hast. Eigentlich hab ich beißen gehabt, aber... Ach so. Okay. Willst du nicht einmal ein Fleisch reinweißen? Wir können kurz mal hier stehen bleiben. Ja. Haben wir noch die letzte Runde jetzt? Die nächste jetzt? Wir wollen ja hier so gehen und so das. Ich hab Schummeln. Nee, das will ich nicht. Letzte Runde schon? Nee! Marie schummelt! Nein! Marie schummelt! Und das gibt's denn hier. Habe lecken! Ich hab lecken! Nichts! Oh man, Max! Nein, Schnucki! Das könnt ihr... Das muss jetzt auf das Ding drauf geschmiert werden. Und dann muss das nicht gegessen werden. Kann ich den Löffel haben? Ich muss was haben? Ich muss beißen! Kann ich, Schnucki, bitte? Warte, mach das so. Was ist das Wort? Nee, das angeleckte war das. Was ist das Wort? Das ist Senf, Leute. Sehr scharf. Ich lecker bin. Du hast nichts gemacht. Ich hab Pfeffer am Rachen, Alter. Das ist richtig... Ich hab Pfeffer am Rachen. Ich hab hier scharfen Senf auf meinem Kinnchen. Was hat er jetzt gehabt, wenn ich hier zu beißen habe? Lecken. Ich hab nichts. Du hast gar nichts abgeleckt. Hier! Lecken! Ich kann nicht mehr. Ich schwitze schon. Sonn schreckt. Du musst es ablecken, oder nicht? Wollen wir eine Flasche. Die Flasche ist mir. Wollt du eine Flasche Bier? Ich will noch eine. Was? Ich glaube, du musst mal langsam erwachsen werden. Macht Spaß euch zuzuwerden, der hier halbgerecht gerade. Das ist auch gerade der, der nicht mitmacht. Ich kann sagen, ey. Ich sprech. Oh, danke. Das hat mir Wasser gegeben. Aber scharf. Okay, dann geht's gleich weiter. Aha. Ja. Nächste Runde. Ich kann nicht wissen, die Sache nicht. Mal schauen, was drin ist. Ja. Ich hab nichts. Nein. 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 Ich tausche mit euch. Freiwillig. Und die gibt's jetzt hier. Lecken schon wieder. Oh. Oh. Dann tauschen. Dann möchte ich nichts haben. Dann machst du das für mich. Pardon? Du hast gesagt, du wirst. Also es gibt hier... Wow. Wow sind die scharf. Hier auf der Seite hinten, auf der Chip-Titel, ist sogar irgendein Mensch, der so macht. Ja, probieren wir's mal. Ich hab die noch nie probiert. Ich weiß gar nicht. Wir haben die noch nie gehabt, die Chips. Oh, die riechen scharf. Gern die? Echt? Ja, safe. Zeig mal. Aber die sehen toll aus. Ultimativ, heulig, krass, crunchy, extrem wellig werden die Chips beschrieben. Lecker. Lecker? Echt? Nicht scharf? Du hast beißen, ne? Und? Ist doch meistens nicht so scharf, oder? Hä? Nicht scharf? Du isst sie auch? Du sollst sie auch ablecken. Hab ich. Und dann hab ich sie gegessen. Also du wirst aus, hier sind die Chips wohl nicht so scharf. Doch, die sind scharf. Hä? Bei dir nicht? Ja. Bei mir sind die Chips... Oh, das ist von eben noch vom Pfeffer. Keine Ahnung. Das kann ich nicht. Kennst du diese Chips? Ich kannte sie nicht. Hier ist Jalapeno. Cream and Cheese. Ah, der wird rückfällig. Du bist auf Kohlenhydrat wieder runter. Und dann kann ich auch mal probieren, ne? Ich hab das Gefühl, sie sind scharf. Mmh, oh. Weizig. Ein bisschen scharf. Aber super lecker. Ne? Na ja, kommt das. Mit der Zeit kommt, das wird ein bisschen schärfer. Ja, es ist scharf. Ich weiß jetzt, wo schon. Gut. War's letzte Runde? Das war's. Fertig. Hat jemand nicht überlegt? Also Leute, bei mir brennt der ganze Mund. Ich habe gefühlt diese Challenge. Ich bin mindestens selber gestorben. Ja, ich auch. Hatte ich am meisten mit beißen oder so. Ich hab so, hallo. Wir machen hier alles mal zu, damit wir nicht so umkippen. Damit wir nicht wieder den Teppi sauber machen. Ich bin schon mal rauf. Also. Dann vergesst du jetzt nicht den Kanal zu abonnieren. Ich will sagen, dass wir zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao. Hast du die Kamera aufgenommen? Nee. Wieso das denn nicht? Die Kamera nicht aufgenommen? Ja, weil keiner den Büschel zu uns gedreht hat. Ich hab doch jemand auf Aufnahme gedreht. Ey, wir sind nicht blind. Das rote Licht leuchtet. Ja, deswegen nimmst ihr auf. Was macht ihr? Dann hört mal auf jetzt. Das ist ein Zahn. Ach, das ist ein Zahn, ey. Leute, also wir sehen uns beim nächsten Video. Hoffentlich alle gesund und munter, ne? Nein, hör mal auf hier mit dem Fäbbel umzuspielen. Bruder, da ist Leo das. Überhaupt, das sind alles Lebensmittel. Hört mal auf mit dem Lebensmittel umzuspielen. Ja, tschüss. Tschüss. Tschüss.